Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Herzlich willkommen zur neuen Bitcoin-Chart-Analyse. Du siehst es hier schon bei mir im Hintergrund, der Bitcoin-Kurs hat seinen aktuellen Aufwärtstrend gebrochen. Das wirklich Wichtige heute in diesem Video ist aber tatsächlich hier unten der MACD, der seit diesem Bullrun zum ersten Mal dabei ist, im Weekly-Chart bärisch zu crossen. Und was das bedeutet, das heißt kurzfristig, mittelfristig und für den gesamten Bull-Markt, den wir jetzt aktuell haben, das werden wir gleich im Video besprechen und dieses Video wird dir ermöglicht durch Pixbay, deine schnellste Art, deine Kryptowährung auszucashen inklusive Third-Party-Transactions. Das heißt, du überweist Kryptowährungen und dein Gegenüber, dein Empfänger, erhält zum Beispiel Dollar oder Euro. Und damit alle Infos in diesem Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch diese Woche hier begrüßen zu können und was das für eine Woche war. Ich habe es ja jetzt schon im Intro gesagt, der Bitcoin-Kurs konnte die 61.000er Marke nicht halten und ist jetzt dabei zu korrigieren. Und wir wollen heute mal so einen Blick drauf werfen, wohin das Ganze geht. Wenn du das Ganze ein bisschen detaillierter haben möchtest oder kleinteiliger und auch dich austauschen möchtest, ich kann hier so ein paar Informationen einblenden. Du findest unten in der Videobeschreibung und nochmal als angepinnten Kommentar den Link zu meiner Blog-Reporter-Telegram-Community und dort wird sich schon fleißig ausgetauscht, wie denn die aktuelle Marktlage im Detail jetzt im Moment aussieht. Das heißt, wenn du interessiert bist, einfach so einen Momentaufnahmen zu haben und vor allen Dingen dich auch auszutauschen zu den Charts, komm gerne in unsere Blog-Reporter-Telegram-Community, vollkommen kostenlos. Und die Jungs und Mädels dort drin sind richtig, richtig nett und haben auch wirklich was auf dem Kasten. Also gerne, wenn du einen Mehrwert möchtest, zusätzlich zu diesen Videos, dann komm zu uns in die Gruppe. Und selbstverständlich kann ich dir jetzt schon mal empfehlen, ich werde nachher auch nochmal drauf eingehen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Gerne, wenn es dir gefällt, auch einen Daumen hoch zu geben. Denn es könnte sein, das, was wir jetzt hier besprechen, dass sich das nochmal so ein, zwei Wochen vielleicht sogar hinzieht, bis wir tatsächlich eine Entscheidung haben. So, ich glaube, wir fangen jetzt wirklich mal an. Also, ich habe es ja schon am Anfang geteasert, wir haben hier den MACD, der sich bärisch krossen könnte, beziehungsweise dabei ist, sich bärisch zu krossen. Was heißt das, was können wir da erwarten? Also, zum einen haben wir erstmal das bärische Signal, dass wir die 61.000 nicht halten konnten. Wir haben unseren aktuellen Trend gebrochen. Wir haben jetzt hier den MACD, der hier die Trendlinie von oben kreuzen wird. Das heißt, wir haben hier einen bärischen Kross, aber du siehst es überdeutlich. Wir sind hier noch deutlich über der Nullgrenze. Das heißt, der Markt ist immer noch aktuell bullisch gerichtet. Nur, wie gesagt, das Momentum ist hier eben erstmal flöten gegangen. Wir machen gleich mal mit MACD weiter, würde ich einfach mal sagen. So, also was können wir denn jetzt, wenn ich das schon so herausgestellt habe, was können wir denn hier erwarten oder was ist denn historisch gesehen in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren passiert, wenn sowas gekommen ist? So, wir sind hier im Weekly Chart auf der Börse Bitfinex. Der aktuelle Kurs von Bitcoin ist hier, du siehst es rechts vielleicht schon, 55.249 US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und jetzt gehen wir mal zurück, so ein paar Jährchen. Wir sind jetzt hier in diesem kleinen Duppenaufkommen im Peak vom letzten All-Time-High. Das können wir hier ein bisschen kleiner machen, beziehungsweise hier hochschieben, damit wir unseren MACD hier unten haben. So, weil der Chart interessiert uns ja erstmal nicht. Wir wollen uns ja hier unten den MACD einfach mal angucken. Also Moving Average, den wir hier uns mal anschauen. Und du erkennst es vielleicht schon. Wir haben hier drei Schlüsselpositionen. Wir haben einmal das letzte All-Time-High, danach eben nochmal die Bodenbildung hier oben, dann der erste Versuch hier auszubrechen und wir haben hier unsere aktuelle Situation. Im MACD zeichnet sich das hier ab. Du siehst es hier, wir hatten einen Cross. Hier hatten wir einen Cross und hier ein potenzielles Cross. Potenziell darum, wir wissen noch nicht, was passiert, beziehungsweise im Monthly Chart, also im monatlichen Bild, was wir uns zeichnen können. Sieht das ein bisschen anders aus. Dazu können wir nachher nochmal switchen. Was ist aber passiert, wenn sich das gecrossed hat? Zum einen siehst du, dass wir hier erstmal einen längeren Zeitraum hatten, in dem der Preis gefallen ist. Das heißt, wir hatten kein abruptes Ende, was nach unten ging, also auch nicht hier, sondern der Preis ist schnussendlich irgendwie Richtung Bodenbildung dann gefallen. Und was sehen wir hier im MACD? Ebenfalls das Gleiche. Das heißt, wenn sich die Vergangenheit reimt und quasi wiederholt, könnten wir das hier sehen. Schlecht wäre tatsächlich, wenn wir hier, ich habe es eben schon mal angesprochen, die Nullebene haben, da was wir hier hatten. Das ist nämlich auch jedes Mal hier Bestandteil gewesen. Das Ganze würde ein bisschen länger dauern. So, also, wir sehen, jedes Mal, wenn dieser Weekly Chart sich gedreht hat, also Bullish gecrossed ist, haben wir einen Abverkauf gesehen, der über Wochen oder vielleicht sogar Monate oder vielleicht sogar Jahre, das glaube ich noch nicht, aber potenziell vielleicht eine etwas längere Zeit, ja, da war. Das heißt, wenn es dicke kommt, haben wir quasi so das Sommerloch und unsere traditionelle Jahres-Endrallye. Dazu muss man sagen, wenn du dir das nochmal anguckst, die Dominanz liegt vom Bitcoin unter 50% aktuell und die kleineren Projekte, also kleinere Projekte in Anführungsstrichen, also alles das nicht, was Ethereum, XRP oder in den Top 5 ist, nimmt einfach momentan sehr stark zu, wird ja immer unter Abbers gelistet, also andere, Defi-Hype und dergleichen. So, also, wir haben das jetzt zum ersten Mal. Also, wir haben das Vorzeichen, All-Time-High wurden wir rejected, das heißt, wir wachsen nicht weiter, wir haben die 61.000 nicht gehalten, wir haben unseren starken Support von 58.000 unterschritten, wie gesagt, aktueller Kurs, du siehst es hier nochmal, 55.552 Euro, Dollar, Entschuldigung, US-Dollar, und du siehst es hier unten nochmal, der MACD, beziehungsweise nicht unten, sondern hier siehst du es, dass der MACD dabei ist, Bullish zu crossen. Nicht so fein. So, das ist jetzt so Long-Term, das heißt, wenn sich das bewahrheiten sollte, und wie gesagt, wir sind halt in einem sehr, sehr krassen Bullenmarkt, ich sage das immer mal wieder, dann ist erstmal damit zu rechnen, dass wir hier über eine etwas, etwas längere Zeit hier konsolidieren werden, beziehungsweise, dass der Preis sinken wird. Wir könnten, oder wir können hier, wenn du möchtest, auch ganz kurz das Fibonacci-Retracement ansetzen, dann siehst du hier oben auch schon in dem Chart, wie ein Handschuh, wie ich ja immer so schön sage, das heißt, selbstverständlich beim Peak angesetzt, also vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, haben wir das Ganze jetzt hier mit drin, und dann siehst du, dass er hier schon das Fibulevo bei 50.464 hier schon angetestet hatte, hart rejected wurde, aber trotzdem die aktuelle Tages- oder Wochenkerze, Wochenkerze aktuell noch unter dem Wochenschluss der letzten Kerze liegt, und der Wochenschluss lag dann eben auch deutlich unter unseren 58.000, also unter, also bei 56.000, was eben, wie eben erwähnt, das bärische Signal war. Das heißt, du siehst hier auch schon die Stufen nach Fibonacci, in denen wir uns bewegen könnten, das heißt, wenn wir diese 50.000 unterschreiten sollten, und du weißt ja, so gerade Zahlen sind immer gerne mal Punkte, an denen viel Trading aufkommt, oder dann eben, und bei der Unterschreitung eben, das nächste Level ansetzt, also du siehst es hier relativ gut, also bei 50.000, bei 41.000, 34.27 ungefähr. Wenn wir nach Fibulevel das Ganze uns angucken würden, so, den MACD machen wir jetzt erst mal weg, switchen vom Weekly zum Daily Chart, und holen uns nochmal das Ganze ein bisschen genauer rein. So, also, was wir jetzt hier relativ gut erkennen können, das heißt, nach diesem Anstieg, den wir jetzt hier haben, wo unser Trend denn überhaupt hinlaufen möchte, beziehungsweise nehmen wir einfach mal diesen Trend hier, so, zack, vier Pixel sind ein bisschen zu groß, und das heißt, unser aktueller Run, den wir jetzt hier haben, ist momentan einfach vorbei, so einfach müssen wir es sagen. Das heißt, somit haben wir ein aktuelles All-Time-High, jetzt hier auf der Börse Bitfinex definiert, oder beziehungsweise hier angezeigt, so, zack, bei 64.829. Und du siehst, und ab und zu hat man schon gelesen, Bitcoin crasht auf, wäre jetzt hier irgendwie 55.000. Das ist schön, wenn wir vor einem Jahr gucken, als wir noch hier, oder was heißt im Jahr, hier September 2020, da waren wir bei 10.000. Also, das ist ein netter Crash, aber was wir ja jetzt hier haben, sind einfach extreme Fallhöhen. Positiv zu sehen, aktuell jetzt hier, short term, sind die Price Rejections in diesem Fall. So, was auch ohne Indikatoren, was jetzt möglich wäre, wenn wir uns das jetzt hier mal betrachten, ist ein, nach diesem Drop, ein erneuter Retest dieser Support Zone, beziehungsweise dieser Trendlinie, was für uns, was jetzt hier anstehen könnte. So, tap, tap, tap. Jetzt gehen wir ein bisschen raus aus dem Ganzen und nehmen wir mal ein bisschen das größere Bild. Wir brauchen jetzt hier auch wieder eine Trendlinie, die wir uns anzeichnen können. so, zack. Auch hier haben wir einen Trend zu verzeichnen, den wir auch hier nochmal mitgeben müssen. Und, if you in doubt, zoom out. Wir holen uns auch nochmal einen größeren Trend. Und siehe da, unser Dip, den wir hatten, liegt genau hier drin. So, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das könnte sich noch ein bisschen ziehen, das Ganze. Das heißt, was wir jetzt hier deutlich gemacht haben, beziehungsweise wir verschönern das Ganze einfach nochmal ein bisschen, damit wir hier nicht ultra lange Linien überall mit drin haben. Einfach noch ein bisschen klarer das Ganze sehen. Das heißt, so, zack, Vertical Line, wenn wir uns das jetzt mal angucken, diese Formation, beziehungsweise unser Aufwärtstrend, den wir jetzt hier haben, oder unsere Support-Linie durch unseren Aufwärtstrend, den wir jetzt hier mal grün einzeichnen, machen wir auch wieder dick, gepaart mit unserem, ja, Abwärtstrend, den wir jetzt hier definiert haben, den können wir auch gerne mal rot machen, und auch den machen wir mal ein bisschen dick. Diese Formation, oder dieses Crossfit hier hinten, würde Mitte Mai enden. Jetzt gibt es diesen alten Spruch, Sell and May and Go Away. Okay. Demnach könnten wir irgendwie sowas erleben. Wir werden sehen. Also, was ich jetzt hier, wir werden vielleicht gleich nochmal eins runter gehen, sehen könnte, ist in diesem Bereich hier eine Bewegung. Das heißt, wir könnten tatsächlich hier nochmal einen Drop haben, in den 51.000er Bereich hinein, nochmal nach oben schnellen, Richtung 57.000. Dann, also hier würde sich dann wahrscheinlich schon entscheiden, denn, im Normalfall, solche Formationen laufen nicht bis zum Ende. Also, dass man jetzt denkt, dass es bis hierhin geht, und dann kommt irgendeine Entscheidung, ist in aller Regel nicht, sondern, wenn das passiert, ist so eine Formation eben nichtig. Wobei ich hier noch nicht mal von einer Formation sprechen würde, sondern eben nur das Einzeichnen von Trends. Das heißt, unsere unterstützende Linie und unsere, ja, unsere bärische Linie, die wir hier haben, unser Bär-Trend, den wir unterschritten haben. Also, hier würde ich jetzt kein gleichschenkliges Dreieck ansetzen oder ähnliches, sondern, wie gesagt, eben nur Trendlinie. Wir switchen jetzt nochmal in den Daily Chart und hier holen wir uns vielleicht nochmal auch den MACD nochmal dazu. Hier sehen wir ein bullisches Cross. Warum habe ich das jetzt gemacht? Auch hier, wenn sich das ausspielen könnte, nach so einem Drop, ein doppelter Boden. Das heißt, wir könnten potenziell, oder das heißt hier, der Bitcoin-Kurs könnte hier potenziell nochmal, und das würde auch dazu sprechen, was ich ja eingangs gesagt habe, oder was jetzt quasi passiert ist bei uns. Ah, zack. Da hin. Ja, das passt. So, das heißt, es wird versucht, hier in diesem Fall eben die 57.877, beziehungsweise kann man sich merken, unsere 58.000, nochmal anzutesten. Das ist so der Versuch, der jetzt möglich wäre. Das heißt hier, zack, beziehungsweise, wir machen das mal, nochmal weg, damit wir das ein bisschen sauberer zeichnen können. So, die holen wir uns auch nochmal, machen wir mal weg. Uns interessiert ja jetzt hier erstmal, das, was wir vielleicht bis Donnerstag erwarten können, und nochmal der freundliche Hinweis, das kostenlose Abo, denn wir machen das Update auch noch dort. Und dann schauen wir einfach mal, wie der aktuelle Kurs sich entschieden hat. Ob wir hier wirklich einen doppelten Boden gesehen haben, dass wir nochmal so den Retest nach oben sehen, Richtung 60.000, wie gesagt, dabei eben unseren Support, hier bei den 58.000 uns holen. den ersten Check, wobei das wird wahrscheinlich, wenn wir hier schon von unserem möglichen doppelten Boden ausgehen, müssen wir einfach mal schauen, wird vielleicht nicht ganz so cool, das heißt hier bei 56.000 Short Term, jetzt müssten wir hier überschreiten, um hier nochmal nach oben zu gehen. Wir können aber gerne nochmal die Key Level festhalten, dann haben wir das auch für Donnerstag, wird angebracht. Das heißt grob, wenn wir uns das jetzt hier angucken, 58.000, ja aktuell 600 und hier die Trendlinie zum gleichen Preis quasi, da sind wir schon bei den 60.000 drüber. Das heißt, ganz grob gemerkt, 58.000, 60.000 ist hier eine Möglichkeit, die ansteht. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, was jetzt passiert. eher bärisch gerichtet aktuell, das heißt, auch hier wieder Vorsicht geboten, falls wir hier hochgehen sollten, in der nächsten Woche Richtung hier. Vorsicht, selbst wenn es hier oben drüber ist, könnten wir hier nochmal einen Test haben. Wenn es dann nochmal runterrasselt, dann ist glaube ich der Weg auch frei, nochmal nach unten zu gehen. Was heißt das jetzt? Lange Rede, ganz kurzer Sinn. Wir machen das jetzt nochmal ein bisschen übersichtlicher für uns alle. Wie man so schön sagt, das fallende Messer hat keinen Griff. Ich würde es jetzt noch nicht fallendes Messer nennen, aber wir haben schon ein deutliches Signal, dass wir hier, oder dass der Kurs erstmal schaut, oder gucken wird, wie er eben diesen Drop unter die 60.000 verdauen wird. Das heißt, ob wir jetzt bullish oder negativ gerichtet sind, wird sich tatsächlich noch zeigen. Für die bullische Variante, wie viel Potenzial drin steckt, wenn wir weiter steigen sollten, kann ich dir das letzte Bitcoin Video vom letzten Dienstag empfehlen. Das hat immer noch Gültigkeit, weil auch da haben wir uns einfach über das Potenzial unterhalten, wie stark das Ganze steigen könnte. Wir haben jetzt eben die Vorzeichen gesehen, dass es sich hier auch nochmal drehen kann. Und auch hier wollen wir einfach mal gucken, ganz grob festhalten, wir hatten ja eben schon das Fibonacci Level, machen uns das jetzt nochmal ein bisschen einfacher und hauen einfach ganz kurz raus. Diese Level könnten auch noch anstehen, wenn wir denn bärisch hier in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht mal eine nächste Bodenbildung vielleicht antesten oder ein größerer Drop kommt. Das heißt, hier bei 43.000 und dann nochmal bei 28.000 wäre hier nochmal quasi die alten Lows, die angetestet werden könnten. Ansonsten, klar, altes All-Time-High bei ungefähr 20.000. Dann nochmal die wichtigste Marke, die 10.000er Marke. Glaube ich aber auch schon nicht, weil ich stoppe dann schon mal, weil das nächste wären 3.500 und ich glaube noch nicht mal, dass wir erstmal jetzt zum Zeitpunkt irgendwie die 20.000 realistisch sind. Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was wir jetzt hier sehen und wie gesagt, das letzte Video vom letzten Dienstag gerne nochmal anschauen, wie weit das Ganze nach oben gehen könnte. Wir behalten uns für Donnerstag. Bullisches Momentum, bzw. der Trend ist jetzt erstmal gebrochen. im Wochenchart der MACD ist dabei, bärisch zu drehen. Wir haben ein unglaubliches Potenzial eben aufgebaut. Historisch gesehen war es nie cool, wenn das passiert ist. Das heißt, aktuell das Potenzial ist dabei, wenn wir jetzt hier im Wochenende plus eben auch unter 58.000 noch liegen, dass wir über die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate einen Abverkauf sehen werden. Aber auch hier nochmal das große Aber im Vergleich zum letzten Woche, da habe ich auf den bärische oder bärisches Momentum hingewiesen, jetzt eben auf das Bullische. Ist einfach absolut crazy, dieser Bullenmarkt. Nochmal kostenloses Abo. Wir werden dranbleiben. Wir werden uns das anschauen, was dort passiert. Und ich liebe diese momentane Situation, weil es endlich mal nicht nur steigende Kurse sind, sondern wir uns tatsächlich mal auch auf die nächsten Tage und die Entwicklung eines Bitcoin-Kurses freuen können. Und das nächste Bitcoin-Chart-Update, das gibt es am Donnerstag mit der Altcoin-Analyse zusammen. Das Voting ist gestartet. Komm zu uns in die Telegram-Gruppe. Ansonsten sehen wir uns selbstverständlich mit deinem Abo. Du wirst es nicht verpassen. Am Donnerstag um 21 Uhr wieder. Mach's gut.